Hallo und Willkommen zurück zu Psycheon Arts 2. Wir müssen, glaube ich, ins Klassenzimmer. Wir versuchen da noch ein bisschen Kohle zu sammeln. So viel kann man ja eh noch nicht sammeln. Und da haben wir Karten. Psy-Aufstiegskarte. Manchmal findest du diese Überbleibsel alter Psy-Aufstiegsmarkierungen in der Umgebung. Bringe ein paar davon zum Automaten und kombiniere sie mit einem Kern, um einen Rang aufzusteigen. War jetzt noch was rotes? Ja, tatsächlich. Kann ich was tun, um zu helfen, Lilly? Ja! Ich verstehe mich von Jered hier zu töten. Ich weiß zu viele von seinen Weak-Points. Ich bin sicher, dass sie dich schnell aufzunehmen. Ich muss da jetzt aufzunehmen, damit ich jetzt aufzunehmen, so ich kann das Psyche-Herb-Therapy anfangen. Ich bin sicher, dass dein Psyche-Herb ist okay, Lilly. Razz, ich weiß nicht. Er fühlt sich einfach alles falsch an. Ich bin Angst, dass all das Psy-Lirium wir mit ihm gefunden haben, in den Rhombus-Ruhen hat ein bisschen verletzt. Und warum sie dich nicht aufzunehmen? Ich weiß nicht. Psychische Sanitation oder so? Psychische Sanitation oder so? Psychische Sanitation oder so? Psychische Sanitation oder so? Sie mich in den internenprogramm. Bist du da auch? Razz, ich habe hier trainiert, bevor ich hier zu gehen. Ich habe all diese Sachen testiert. Hey, können wir... Uh... Was? Nichts. Das Mol-Stuff ist wunderschön, oder? Was wird passieren? Oh, bitte. Ich bin hier hier meine ganze Leben. Und信 mir, nichts mehr passiert. Erinnerst du das letzte Mal, wenn du das gesagt hast? Sie wissen nicht, irgendwelche secreten Passagen hier, die du kannst? Töne von ihnen. Aber jeder hat Mol-Madness gerade jetzt, also alles auf doppel-Lockdown. Erinnerst du, dass ich nichts tun kann, um zu helfen? Oh. 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 Das hilft. Anytime. Well, ich hätte lieber in internen orientieren. Du magst Hollis, ich denke. Sie ist strikt. Aber deep down, sie ist wirklich ernst. Okay. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Klassenzimmer. Ich glaube, da müssen wir ja sogar hin. Aber schauen wir mal hier noch. Was haben wir hier? Oh. Oh, das ist so, wie du? Oh so, das ist lächer. Oh, das ist lächer. Ich bin Auto Mentalis. Ich bin persönlich zu an dem Laufbeschaden, in meine Forschung, in meinem Syncurgier. Das Automatik hat all die psychischen Herzen und Ansteckungen, die du brauchst. Kommt zurück zum Automatik! Viele neue Items sind fertig. Ja, das machen wir doch gleich. Automat, willkommen beim Automaten. Hier kannst du deine Psychonautenvorräte und Anstecker holen, um deine Pseikräfte zu modifizieren. Pseiaufstiegsmarkierungen werden ebenfalls hier hergestellt. Zeit für eine kleine Führung. Werfen wir zunächst einen Blick auf unsere Auswahl des wesentlichen Gegenstände. Gegenstände. Ohne diese essentiellen Gegenstände kommt kein Pseichonaut aus. Achte darauf, ordentliche Vorräte anzulegen, bevor du dich auf eine Mission begibst. Wenn du genug Pseichtanium hast, sieh dir auch die Aquasores an, um mehr Gegenstände tragen zu können. Okay. Wir erkennen, dass wir brauchen, das kostet mal ganz. Okay. Mit einem nagelneuen Kern sehen wir uns jetzt mal das Kombinieren näher an. Kombinieren. Du brauchst neun Psy-Karten, um deine Psy-Kern, du kannst sie alle kombinieren, um eine Psy-Aufstiegsmarkierung zu erstellen, die dich einen Rang aufsteigen lassen. Hier hast du neun Karten, um es auszuprobieren. Das heißt, wir kriegen schon mal einen Rang umsonst. Ihn nehmen wir natürlich mit. Rang aufgestiegen. Lass uns so gut als letzt einen Blick auf die Anstecker werfen. Na gut. Anstecker. Mit Ansteckern modifizierst du deine Psy-Kräfte. Du kannst frei wählen, welche du verwenden möchtest, um deinen Spielstil anzupassen. Und wenn du im Rang aufsteigst, erhitzt du Zugang zu noch mächtigen Ansteckern. Warum probierst du es nicht aus? Geh diesmal aufs Haus. Wähle einen der drei Schwebe-Anstecker. Ja. Saphir. Ändert die Farbe dann eine Schwebe-Kugel zu blau, zu smaraggrün. Rubinrot. Ändert doch bloß die Farbe, oder? Okay, da gibt's dann... Ne, das machen wir aber jetzt noch nicht. Äh, kann ich da noch Gegenstände kaufen? Äh, da kann man nicht Brieftasche erweitern. Das wäre vielleicht mal ganz nützlich. Da kann man mehr sammeln. So viel cooles in da. Ich komme später für den Rest. Anstecker. Jeder Geist ist einzigartig und wenn du deine Psy-Kräfte an deinen individuellen Stil anpassen willst, dann solltest du passende Anstecker zulegen. Anstecker gibt es bei nächstgelegenen Automaten. Hm, hm. Ich brauche mehr Pins. Ich brauche alle Pins. Okay. I look sharp. Alles klar. Nein, das war's noch nicht. Äh, ich wollte ja neue draus. Äh. Verbrennt an den größeren Bereich. Das ist doch schon... Das machen wir jetzt einfach mal. Ansteckungen. Aber ich fühle mich wirklich, als ich meine verbesserte Pyrokinesis versuche. Mhm. Vier Kräfte kann man also noch finden, so wie es aussieht. 1,32 ist er bloß groß. Okay, wir sind Rang 2. Meldet dich im Klassenzimmer. Das machen wir dann. Ich versuche jetzt hier bloß noch ein bisschen Kohle zu sammeln, was hier so rumliegt. Okay. Did you see the way agent... Excuse me. But do you know where intern orientation is? Second floor. Pass the classroom. Thanks. If you pass the restrooms, you went the wrong way. What, are we recruiting from kindergartens now? Gott, sie nicht schon wieder böse. She doesn't find a way to let off some steam soon. She's going to crack. She needs a vacation. Hey, don't we all? Maximal titanium fassungsvermögen fast erreicht. Okay, das ist doch gut. Dann können wir sich doch die Brieftasche leisten. Mal schauen, wie viel das wir dann sammeln können. Welcome back. Good to see you again. Ja, richtig. Oh, schön jetzt gerade auszukaufen. Äh, da außen sammeln meine ich. Wait, in the paper I've been using is illegal? No, order anything. Nah, hold out for the bacon. You are a honeypepper fool. Was geht hier so? No, nichts. Ah, okay. Ah, da kommen wir hoch. Ah, da kommen wir hoch. Ah, da kommen wir hoch. Psi-Aufstiegsmarkierungen. Wenn du eine dieser kompletten Psi-Aufstiegsmarkierungen findest, steigst du einen Rang auf. Oh, das ist doch gut. Ich habe keine Schlüssel. Ich habe keine Schlüssel. Ich habe keine Schlüssel. Nein, gar nicht. Was war das Klo? Hey, Bore. Aus was? 10? Dude, du machst mich stupid. Da komme ich wohl noch nicht hoch. Okay, dann geben wir nochmal den Aufgaben nach. Ich habe zu wenig Kohle, ne? Das ist nicht so. Das ist nicht so. Hey, look out! Oh, sorry. Ich habe nicht... Whoa! Ow! Das ist schrecklich. Hat er du, Baby? Ich bin kein Baby. Ja, du bist. Die Frage ist, wer ist dieser neue Kind? Mein Name ist Raz. Und ich bin... ... das neue Intern. Das ist schrecklich. Ich habe nicht gefragt, für einen neuen Intern. Intern Program ist fool. Sorry, Kid. Er ist knackig. Er wird uns alle getötet. Und er ist gemein. Well, Kid. Wir haben es ein fairer Schatz. Und es sieht aus, wie es nicht funktioniert. Better luck next Jahr. Guys, quit picking on the new Kid. Wir waren alle new once, in case du vergessen. Ich denke, er wird einfach gut sein. In fact, ich denke, er wird schön in unsere Uniform. Wir holen ihn in die Klosette. Hey, bist du okay in da, Rusty? Was ist das Verhalten? Es ist Raz. Ich habe nur gefragt, ob es ein Intern Uniform gibt, warum haben Sie es nicht? Oh... Wir sind... Level 2. Jetzt einfach die Kleine, und wir werden dir das Uniform. Was? Kannst du mir das Uniform first handeln? Nein, schade. Wir müssen deine Kleine nehmen und messen sie, damit wir dir ein Uniform bekommen, das fit ist. Unless du willst, wir kommen in da und messen dich. Nein, nein. Hier geht's. Hör auf, okay? Es ist kalt in hier, und ich bin praktisch nackt. Oh? Oh, oh. Oh, komm mal! Das ist verbringend in so vielen Fällen. Okay. Also zu den Psychkräften haben wir ja nur noch. Nee, das ist aber nicht. Wie geht das hier so was? Oh, 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 oh. Ich bringe die Karte. Wir sehen eigentlich, wie viel das ich da hab. Ich hab' wirklich sieben Karten. Zwei brauche ich noch, dann könnte ich in den Rang aufsteigen. Ich muss ja nach oben rumschauen. Ãhm. Ich habe keine Schläge. Aber hier ist doch noch. Wo steckt denn der da hin, wenn er nichts anhat? Okay. Ähm. Ich weiß nicht den Kod, Rats. Oh, Entschuldigung Harold, du bist absolut richtig. Ich sollte darüber nachdenken, wie ich diese Worte benutze. Was ist es, Harold? Weißt du den Kod? Ist der Kod in da, Harold? Ich bin zu groß, um in da zu gehen. Wenn ich nur sehen könnte, was du in da zu sehen. Hey, das erinnert mich. Okay, ich kann hell sehen. Mittels hell sehen kannst du durch die Augen anderer Leute oder Tiere sehen. Wenn du es auf jemanden mit deinen Augen-Aura anwendest, kannst du versteckte Informationen über die Welt enthüllen. Nütze Helsing, um den Tyko zu finden. Ja, dazu müssen wir das ganze Ding hier mal auswählen. Und ich denke, wir ersetzen das durch das Fallen. Das wollen wir jetzt noch nicht brauchen. Ich kann ja... Lass mich den Springknopf da aktivieren. Also das ist ja kein Thema. Zeit, um die Welt zu sehen, wie du siehst, Harold. Oh Gott. Er sieht mich als große Maus. 0726. Das ist es, Harold. Drücke B, um abzubringen. Hallo, ich bin die Maus. Guck, guck. Hallo. Was ist das da hinten eigentlich? Sicheres Ablegen? Es ist eine breite Schlange, aber ich glaube nicht, dass ich es durchführen kann. Okay. Vielleicht ist das abgezogen. Keine Ahnung. Oh, Scheiße. Oh, du hast eine Karre. Kann ich da wieder zurück? Bin ich denn da reingekommen? Okay. Was ist das? Wir haben ihn, genau wo wir ihn wollen. Aber wir können noch nicht extrahieren, die wir brauchen. Hast du versucht den Korpus Galatum? Sascha, du musst mich machen. Du weißt, dass es wegen mir, dass... Artoll. Ich meine, wenn ich nicht... Nicht ein Wort, Rasputin, bis ich dir eine neue Kleine finden. Sorry, if the fit is a little off. They're the smallest clothes I had. Now, uh, tell us again how you ended up outside in your underwear. Oh, you know, I was sort of going undercover. Just like you did Agent Mentalis in True Psychic Tales number 62, when you used your defribulober to hypnotize 16 trans-troopers at once. Oh, please. That old yarn. Oh, they embellished so many details in that version. But in fact, it was 17 troopers. Well, love to chat, but I gotta make like a brain and bounce. If you're ever looking for just the right tool for the job, come see me in my workshop. Even the best Psychonauts require a little assistance now and then. Now, if you'll excuse me, Rasputin. I need to get back to the matter at hand. Oh, no. I didn't bend the spoons, Mommy. Oh, I love going through the car wash. Oh, and don't worry about the other information. Okay, Sasha, you're busy. I've seen something. So, do you want to do something? Do you want to do something? Uh, thanks, Sasha. Hey, this is just like the brain tumbler you had at camp. Yes, but stand back. It's due for a thorough delousing. If I can ever convince Hollis to pay for it. Hey, what's this thing? Stay away from that, please. Everything is tuned to my precise head size and shape. I'm afraid a head like yours would damage the machine irreparably. Need any help, Sasha? Yes, from him. Me? Help me find the answers I need. Oh, so this is all my fault. Have any suspicions? No, that's the frustrating thing. How could anyone in the Psychonauts do this? And how could they keep it a secret? Maybe he just hatched this scheme on his own? He has no motivation. Oh, hello, Dad. Someone hired him. And, given his access to Truman, someone on the inside. So about... Maligula. She's dead, Rasputin. Ford Cruller made sure of that. Nothing for you to worry about. At least we made it out of the Rhombus of Ruin. You performed well in the field, Rasputin. I'll make sure Agent Forsythe finds out all about it in my report. Just as soon as I'm done here. Why do you think he won't cooperate? You seem to have such a big change of heart back in the Rhombus. Someone has conditioned him. Hypnotically. To be unable to tell us. Even if he wanted to. But who? I'll let you get back to the interrogation. Sorry, I can't help. You've done a lot, Rasputin. Thank you. So, skip for today. Let me lead. If you would just cooperate with our investigation. Oh, I'd like to... Moment. Oh, what's that? Ah, cool. They show hidden hidden places. What's cool there is. Now... is that thing away? There's a card. Oh, that's SI-Card. I can make a SI-Challenge-Marker back at the automatic. Senior Agent Oleander. We were there, right? No, no, no. There's no No-Rod. Oh, I got that. I have no no-Rod. So, this is a dirty trick you pulled. I want my clothes back. You know, you're right. I'm sorry. And I'm going to make it up to you. I'm going to let you finish my asset recovery mission. Why do I feel like I'm going to end up naked in a closet again? My intern assignment is to track down this list of missing Psychonaut assets. Mission Critical Assets. So, like a scavenger hunt? If you think like a child, you will do a child's work. Finish this mission, and we'll know you're ready for your clothes back. I have new Klamotten. Why should I do that? Zusätzliche Missionen. Dein Praktikum bietet manchmal weitere Aufgaben, die dir extra Punkte einbringen. Du kannst diese zusätzlichen Missionen hier verfolgen. This looks like a good place to track my side missions. Eine Schnitzeljagd. Ah, okay. 16 Objekte. Wo habe ich doch... Ah, da. Was für doch, dass ich es gesehen habe. Hey, Sam. Wolltest du nicht das Glas schütteln? Nein, das ist das Gegenteil. Du solltest das Glas schütteln, um ihre Herzrate zu halten. In diesem predetorfreien Umfeld, ihre Herzrate zu schütteln langsam. Huh. Plus, sie lieben es. Ich meine, schau sie an. Okay, alles klar. 105 Hammer. Ich würde mal ganz kurz zum Automaten. Was ist hier? Da bloß Bacon im Kopf. Nix anders. Ne, wir haben neun Karten. Das heißt, wir... So was da. Reicht das noch? Sie können ja noch kaufen. Traumwarte für später auf. Wie ein Eichhörnchen mit vollem Backen. Keine Ahnung, was Traumwarte ist, aber... Ich nehme mal den... Lollis. Das kann ich später vielleicht noch ein paar Lollis kaufen. Kombinieren. Sehr schön. Wieder am Rang aufgestiegen. No refunds. Genügend Praktikanten-Budel. Was meldet ich in Hollis Büro? Das muss man noch machen. Ja. Die Schadensdauer von Pirokinese wird verlängert. Ich würde das jetzt ehrlich gesagt erst mal hier aufbauen. Äh, äh, aufbauen. Soweit wie gestern jetzt geht. Ich meine, die nächste Stufe ist 20. Da können wir dann was anderes aufbauen, aber... Brand ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja, doch wirklich. Ach, da war ja noch ein Schlüssel drin, äh, äh, Ruhe drin, aber ich habe kein Schlüssel mehr. Den habe ich schon. Verbraucht. Ja, ja, ich komme ja schon. Mit dieser Stress dann ein Spiel. Was ist mit dir? Was? Ich sehe mich jetzt auch im Moment. Ah. Gott, bist du bescheuert. Experten agree. Es ist einfach nicht safe, die Claire Voyance zu nutzen. Without my special Claire Voyance and Hetzig Pins. Harold, what have you found out about the Moor? Nothing? Okay, da haben wir... Ne, Cut, yeah. Austerity measures, Oleander. Every department is affected. Was ist dabei, wenn wir uns alle... Did someone say something about pirate radio? No. Yes. Morris is doing it and it's totally against the rules and he's gonna get kicked out of the Psychonauts. Lizzie, you're fired! Dream on. Can I be a pirate radio DJ? What's your area of musical expertise? Well, I grew up in the circus, so most of what I know is Calliope music. I see. Looks like you don't need me anymore, Morris. Listen, I'll give back to you, kid. Dumpf organmusik? But my PMPP! No time for pet pro... Get a hold of yourself, Oleander. It's gonna look like fighting Maligula without my battle, by the cheap skates. Hey, I'm with you. Letting him build a battle anything is probably a bad idea. Oh, right, new intern. Thought I told you not to be late. She would have off Calliope. You need a mentor. Let me see who's left. Oh, am I helping Mia or Sasha on a mission? No. You're in the mail room. Your mentor is Nick John-Smith. Mail room? Nick John-Smith? I've never heard of an agent John-Smith. Nick's not an agent. He's not even psychic. He's just good at sorting mail. You'll love Nick. Everybody does. But... The mail room? The mail room? Ford Crowler himself worked in that mail room. You could learn a lot there. For one thing, how to be on time. Okay. I've given you Thinkerprint access to the mail room. Now scoot. I've got a base to run and a budget to balance. Na, klasse. Bin ja an der Postbode gekommen. Da haben wir einen Schlüssel. Theoretisch... Könnten wir jetzt eine... Kiste aufmachen? Ich dachte, ich würd ihr da noch... ...Kolix sehen, aber... Ich täusche mich mal. Den Schmiede was... Oh, da. 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 Oh, da ist auch was. Ha! Got some internkredits. Ja, so weiter geht. Ich steig mal ziemlich schnell auf. Okay, ich sehe jetzt dann nix mehr. War das schon mal ganz gut? Was zum... Du siehst? Ja. Gut. Sag jemandem, du hast es von mir bekommen... ... und du bist tot. Oh, oh. Bye! Und Frau, mach ihr euch mal wahr. Jetzt kannst du Oros Netzwerk für schnelle Reisen durch das Zentralhirn und andere lokale Bereiche nutzen. Na, klasse. Wir können da durchflutschen. Wir probieren das einfach mal. Wo kann man hin? Okay, Sacha Labor oder wo... Nee. Das kann ja laufen, das ist ja gleich da draußen. Kann ich hier eigentlich schneller laufen lassen? Nein, das geht nicht. Wir müssen... ... in die Postabteilung. Was? Molecular? Warte, was? Ich habe das nicht gesagt. Ich habe nichts gesagt. Was ist das Pooling Center? Da ist die Postabteilung. Was mit dir? Da ist kein Pfeil daneben. Das ist geil, dass man noch weiter spielen kann. Okay. Oh, du hast eine Karte. Mr. John Smith? Hallo! Diese Karten haben wir... Drei. Da kommen wir nicht weit. Da oben ist auch noch eine. Saikar! Neuer Intern hier! Ähm... Den Pfeil hier folgen? Bin ich jetzt hier? Woher ist Nick? Ich kann nicht erinnern, dass ich ihn letzte Mal gesehen habe. Cool. Ist das die richtige Richtung jetzt? Ich glaube schon. Da ist schon wieder so... Der Schöne ist der Tür. Ich glaube, das sind alles Bereiche, wo wir noch nicht reinkommen. Oh, da ist eine Kiste. Und da oben ist eine Karte. Da ist eine Kamera-Karte. Da ist noch alles mehr. Was? Okay. Das ist blau. Das kommt da rein. Das ist grün. Und da rein. Ähm... Ich weiß noch mehr. Was ist das da? Auch ne Beutel, oder das? Wer muss man da noch sortieren? Oh, der letzte. Okay. Ja, wenn ich heute jetzt erst mal das Zeug hier... Oh. Das bin ja irgendwo. Bin ich jetzt? Nein. Kann ich da rein? Nö. Oh. Habe ich hoch. Habe ich da jetzt ne Dakarik gesehen? Ja, ne. Da ist nochmal, ne. Nein! Moment. Moment. Nochmal von vorne. Ich hasse das, wenn du mal nichts siehst. Was hast du jetzt gesagt? Oink? Da hinten geht's rum, oder? Ich weiß schon, ob's da hinten noch was gibt. Ja. Äh... Nicht wirklich. Was ist das da hinten? Na Schlüssel? Klasse. Jetzt können wir zumindest bei den Nudel-Schuppen da... Äh... ...das Ding aufmachen. Neh mal das Paket schon hier mit. Was sieht das jetzt da? Kannst du da wegbringen? Hier wär... ...ein Sauster hier. Habe ich ihn nicht. Er ist ja... ... ... ... ... ... ... ... Oh What kind of sick monster would steal Nick's brain I mean Nick Maybe he saw something he shouldn't have but why keep his body alive and why mail it to the grand head of the psychonauts It could be a warning Hey guys Does the lady luck to puss casino mean anything to you? Isn't that where we sent agent 33? To investigate suspected delusionist activity agent 33 is two days late with her status update I'll get the jet I'll pack the go case I'll stay here and protect the children what? Aren't we all going on the mission we could use you in tactical command agent Forsythe and Maybe the interns would benefit from it's not safe. Not while we have a double agent among us I'll take her place. I've heard the buffet. There is shockingly reasonable Well, if you reconsider meet us on the jet pad within the hour Can't we just no all of you to the interns bay now? I've got some training exercises planned today that are both informative and safe Last one there has to deal house the brain tumbler I'll bet those guys took nicks body back to the mill I should go check and see if this is okay He is my mentor after all He's been found Yeah, but he's green Experts agree It's just not safe to use clairvoyance Without my special clairvoyance and handset bin What is that? What did you hear? I heard Forsythe talking to us Probably just saved the lights I've got some information I've got some information What is that for a mouse or so? What is that for a mouse or so? Listen? And their head was completely aumented Now it makes sense Now it makes sense Now it's much easier Now it's forever As it's becoming so much I thought It's not much of coffee This is f aligns while we're feeling ich kann nicht das klo das ist ein neues loch ich glaube das ist weniger was so was good today why do i bother making signs wäre unfreundlich aber wo sie recht hat warum kann man da nicht aufs klo das finde ich komisch ich habe noch ein bisschen kohle ich kann kaufen ok können wir brauchen zwei karten ich habe keine geht zum unterricht ok geben wir doch mal zum unterricht was das ist was das zu tun und ich habe nur bei dem Kopf nicht ich habe nur diese Art auf dem Kopf auf dem Kopf ich habe nur bei dem Kopf ich habe nur die Hände dann die Hände dasselbe nicht sicher dasselbe ohne meine besondere Mit Tritt, hol es Verstand. ...by experienced psychonauts. Do not bring it up again. When does class start? As soon as you get to my classroom. This isn't your classroom? No. This is. So are you ready, kid? Yeah. And what are you ready for? Safety. Oh, you think the human mind is safe? That's cute. And that is how you perform the advanced psychic ability known as Mental Connection. Cool. 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 Oh! Oh, sorry. Could you repeat that? Sorry, kid. I warned you not to be late. I'm off to attend to some fiduciary concerns. Norma, take over for me, won't you? You could practice with some of those loose ideas. Aber Agent Forsythe, ist es sicher, dass alle diese Gedanken rauskennen, wenn du nicht hier bist? Norma, bitte. Es braucht mehr als ein paar rambunctious Kinder, um zu verletzen, einen Psychonaut zu verletzen. Uh, was machst du, Moirlo? Heh heh heh. Wenn er das falsch macht, könnte er sterben. Okay. Was haben wir hier? Vielleicht aber, ja. Wir sind hier noch an einem anderen Level. Interessant. Das ganze Zeug sollte man sich natürlich noch holen. Okay. Alles klar? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I know cilantro reduces the risk of digestive distress, but it tastes like soap, and honestly, I'd rather have the gas. Hey, Raz, if you can change Forsythe's opinion of cilantro, maybe you could change her mind about the casino mission. Could you do? Yeah, I mean, she worries about us kids too much. It's taking years off of her life expectancy. Hmm. If you could get her not to be so worried all the time, we could all go on a real psychonauts mission. Well, I don't suppose it would hurt to take a look around up there. Just see if there's any, you know, problems. Well, of course you're scared. Oh, I like them. I can't do it. Oh. 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 It's because I need to go. Oh, this is for the good of the mission. Oh. Diese Barrieren verstellen den Zugang zu Teilchen, äh, Teilen und zu Gehörnisses. Versuche ich mir dann an den Siegkräften zu drüben, dringend. Waren wir doch. Oh, warte. Das war eine schreckliche Idee. Ja, aber das werden wir dann erst in der nächsten Folge erfahren. Dann sage ich schon mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Oh. Wenn ich sie zu diesem Casino gehen, das ist es. Sie werden sterben. Das ist ein bisschen. Ich bin Razz, und heute ist mein erstes Tag auf dem Job. Oh. All I see is another unruly Pez. Oh, boy. It wouldn't be the first time the Psychonauts underestimated Molecular's power. Fire! I don't know if that's why it's a good one. It doesn't matter.